Wenn Sie weitere besondere Wünsche haben, dann stellen Sie vor, dass Ihr Restaurant, Hotel, Caféhaus eigene Streichholze hat. Wir können in verschiedenen Größen und Aufmachungen die individuelle Streichholzschachteln produzieren. Wir können sogar auch die Farbe der Streichholzköpfe auswählen. Es ist aber auch die Farbe der Streichholzschachteln. Wir können auch die Farbe der Streichholzschachteln. Wir können auch die Streichholzschachteln, die in die Streichholzschachteln zum Beispiel auf der Tatnachlzeit. Wir können auch die Streichholzschachteln. Vielen Dank.